Ich weiß übrigens, warum ich die Entenmayonnaise lieber mache, die bringt mehr Geld. Ich weiß jetzt gerade aktuell nicht, wie viel, 100 mehr, 70 mehr, 30 mehr, aber es gibt auf jeden Fall mehr Geld. So, jetzt werde ich hier erstmal so einen Trüffel reindrücken. Ich nehme hier mal die Blumen raus, dann kriege ich auch noch das da rein. Ich nehme hier mal die Blumen raus, dann kriege ich die Blumen raus. Ich nehme hier mal die Blumen raus, dann kriege ich die Blumen raus, dann kriege ich die Blumen raus, dann kriege ich die Blumen raus. Ähm, ja. Dann werde ich jetzt mal schnell die Eier hier noch verkaufen. und dann gehe ich noch mal in die Mine denn ich habe ja noch was vorher vorher checken wir mal kurz ab wo wir sind glaube ich war beim letzten mal irgendwo bei 570 oder sowas da war ich schon bei 600 ich weiß es nicht jetzt sind wir auf jeden fall bei 640 es fehlen also nur noch 360 von 1000 ok eine reine käfer ebene ok kann ich mir auch mal was cooles in den kisten sein ok 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 da haben wir direkt die leiter sehr schön bisschen kupfer muss trotzdem sein hier ok 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 Okay, also. Ich habe hier alles aufgedeckt, aber nichts gefunden. Ich habe hier alles aufgedeckt. Oh, ich werde müde. Das ist offenbar eine Special-Ebene irgendwie. Oh ja, natürlich. Okay. Das war ja toll. So, jetzt gucke ich nur mal schnell. Da ist ein Schleim, da ist ein Käfer. So, und jetzt muss ich hier auch schon wieder raus. Sonst schaffe ich es nicht ins Bad. Alles egal, ich muss in der Profe. Teils wolkig mit einer leichten Brise erwartet eine Menge Pollen. Ja, gut. Ich hätte mich mehr über Regen gefreut. Und zwar viel mehr. Lass uns doch mal schauen, wo ich so Sachen wie Gold, Bronze, hier haben wir Gold. 200 Gold, 200 Gold, 17 Quarz-Riegel. Wo haben wir denn Kupfer? Sag mal. Dann ist Kupfer sicherlich die Truhe oder diese. Ja, da haben wir 300 irgendwas. Ich schenke mir einfach raus. Was?